Mit Donner und Reuschel in Bewegung. Wir sind hier auf dem Segelboot mit dabei. Matti Zypra wird uns ein bisschen mitnehmen, wie segelt man. Also seid dabei, es wird spannend. Was haben wir noch? Wir haben Training im Segelsport natürlich. Wir gucken hinter die Kulissen mit Matti und werden uns mit Strategie beschäftigen, mit dem Thema Team und wie man sich eigentlich vorbereitet. Natürlich das Körperliche und was gibt es vielleicht für Ausgleichstrainingsmöglichkeiten. Also Matti, hast du Bock? Ja, ich habe Bock. Cool. Sehr schön. Also seid dabei.